Hallihallo meine Freunde und willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Assetto Corsa. Heute mal etwas klassischer. Wir haben hier nämlich einen alten BMW 3 Liter CSL. Ja, und wir fahren hier ein Rennen, ein hoffentlich erfolgreiches Rennen auf der Moddingstrecke Longford. Der BMW natürlich auch gemoddet. Download-Link wie immer in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal rein und starten das Rennen. Ich muss noch eben mit der Lautstrecke, musste ich gerade gucken. So, Lenkrad geht jetzt nun auch richtig. Unten die Namensleiste hatte ich jetzt auch, ja wie soll ich sagen, ausgeblendet. Gut, also jetzt müssten die Einstellungen soweit alle passen. Uiuiuiui. Gar nicht so leicht hier ordentlich mitzufahren. Man will natürlich auch nicht direkt einen Unfall bauen. Und das sind ja auch nicht die allermodernsten Fahrzeuge. Boah. Was war da denn? Irgendwie Massenkarambu. Was ist jetzt passiert? Ja. So viel dazu. Ähm... Okay. Okay. Okay.